So, Aufnahme läuft. Wir starten direkt schnell die Runde und spielen Hide and Seek Modus. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt können wir dabei quatschen, ne eigentlich können wir dabei quatschen, können wir trotzdem nicht, ne? Äh, ich hab das mal so gespielt, dass wir quatschen, solange wir noch leben. Das, aha, ist ja also. Okay, ja, nur weil, wenn wir... Ach, Spoiler, ich halt die Fresse. Ne, das sehen wir alle. Ich, ja, ich, alles okay. Das sehen wir alle. Darf ich denn reden? Ich meine... Ja, also theoretisch ja. Okay. Theoretisch ja. Ähm, kurz für den Chat, ich weiß grob, wie der Hide and Seek Modus funkt... Äh, für den Chat, genau, wir streamen gerade. Ähm, ich weiß grob, wie der Hide and Seek Modus funktioniert. Ähm, aber ich hab ihn noch nie selber gespielt. Sonst hättet ihr das ja auch längst als Video gesehen. So, oh ja. Äh, tschüss Rasierer. Anon Error disconnected you from the server. Ah, perfekt. Das geht ja gut los. Was passiert? Äh, ja, die sind disconnected scheinbar. Das heißt, ich laufe jetzt nur noch mit Penny hier rum. So, genau. Perfekt. Okay, da ist natürlich dann die Zeit interessant. Ah, das ist... Oh mein Gott, das ist nützlich. Das ist nicht so gut jetzt. Ich hab grad was sehr nützliches rausgekommen. Ich hab grad was sehr nützliches entdeckt. Das kann ich jetzt eigentlich noch Tasks machen. Ne, okay, Tasks sind jetzt durch. Das heißt, als Geist hat man gar nichts mehr zu tun. Man kann nur noch der Figur nachlaufen, der anderen. Okay, I see. Ja. Ja. Okay. Ähm, ich hab rausgefunden, dass der Admin-Table funktioniert so wie normal. Da konnte ich euch halt alle sehen, wo ihr seid. Ja, die Anzeige, du kriegst auch, du hast selber so ne Anzeige auch von Leuten. Ja, das hab ich am Ende auch rausgefunden, genau. Die ist aber auch, die geht nur manchmal irgendwie. Ähm, Rassierer und Reggie, kommt ihr wieder rein? Ja, Moment. Weil theoretisch existiert der Server noch. Okay. Ich wollt nicht schon so lange... Ja, war ein weinig grade hektischer Anfang. Wir sind jedenfalls zu fünft aktuell. Wollten ein bisschen Hide and Seek spielen. Ihr habt gerade schon mal ne Runde gesehen. Die war jetzt allerdings sehr kurz, weil zwei Leute direkt rausgeflogen sind. Und ich glaube, fast wenn wir so wenige sind, ist es doch besser, die Zeit runterzudrehen, oder? Ich würd auch sagen. Ja, ja. Das wirkte schon recht einfach. Ja. Und ich würde noch nen Playerspeed hochstellen. Ja, okay. Können wir mal auf 1,25 vielleicht mal mal. Oh, ich bin schnell. Ja, das war echt. Gotta go fast. Okay. Gut, dann gucken wir doch mal, wie es jetzt läuft. Und ich guck nochmal kurz, ob überhaupt die Aufnahme läuft. Sieht aber soweit gut aus. Tontechnisch passt hoffentlich alles. Ich war gerade in der Testaufnahme extremst leise, aber mittlerweile sollte es besser sein. Wir werden sehen. Falls ihr mich nicht hört, äh, I'm sorry. Aber irgendwie sollte ich zu hören sein. Ja. So, okay. Rasierer. 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 Ui, ui, ui. Ach so, und bevor es jemand in die Kommentare schreiben sollte, ich weiß, dass es so einen Proximity-Chat gibt, bei dem man sich gegenseitig hören kann, wenn man in der Nähe nur ist. Aber das lässt sich nicht so leicht einrichten. Ich merke aber gerade, wenn wir jetzt natürlich gemeinsam miteinander reden, darf ich nicht so Kommentare loslassen wie, oh mein Gott, das wäre knapp. Ist so ein Entfall, wäre es dann vielleicht doch besser, sich zu looten, weil dann kann ich mehr mit den Zuschauern reden. Aber ich mag das, wie das mit dieser Musik gemacht ist. Das fühlt sich echt, oh, das fühlt sich richtig gruselig an. Puh. Oh je. Hallo, T- Hä? Ja, ab jetzt ping ich hier nämlich, wo ich bin, die letzten 30 Sekunden. Ich bin schon wieder... Ja, ich habe eine Idee. Ich bin auch, ich bin auch schon wieder... Oh, alle vier. Oh, lol. Ja, Impostor-Discontact, das habe ich ja noch nie gesehen. Sollen wir North America ausprobieren oder so? Würde ich sagen, ja. Vielleicht ist Europa irgendwie überlastet. Ich habe eine Errungenschaft bekommen. Dafür hast du gekickt, wo deswegen... Überlebe ein Spiel als Besatzung im Versteckspielmodus. Ja, gut. So. Ja, gut. Okay, ja, ich ändere mal Dingens. Kann ich das noch hier ändern oder muss ich dafür neu öffnen? Wahrscheinlich muss ich neu öffnen. Du musst eine neue öffnen, genau. Okay. Ich erinnere mich noch damals, als das Spiel seinen großen Hype hatte. Also kaum, bitte. Dann pausiere ich kurz die Aufnahme und starte sie gleich wieder. Zack. Okay. So, Aufnahme geht weiter. Sehr schön, dass es funktioniert. Ja, wir sind auf einem neuen Server. Jetzt mit Nordamerika unterwegs. Mal kurz, ob es besser läuft. Und ich glaube, ich werde mich noch mal nicht muten, sondern wir spielen einfach mal so weiter. Und ich muss einfach meine Schnauze halten, sobald der Impost in meiner Nähe ist. Was vielleicht auch verräterisch ist, aber irgendwie ist es auch cool, da die Luft anzuhalten. Ich glaube, wir sind auf Nordamerika-Server. Kann das sein? Ja. Wir sind auf Nordamerika. Okay. Ich wollte nur wissen, ob wir auf Nordamerika-Server sind. Das ist korrekt. Hä? Ich dachte, wir wären in Asien. Nee. Schade. Okay. Wir starten. Ich hoffe, dem Server geht's gut. So, schauen wir mal. Good luck, Heffern. Ich schon wieder. Oh Gott. Ja, Mensch, Mensch, Mensch. Okay, alles klar. Dann versuchen wir mal, die alle zu killen. Das ist sicherlich kein schlauer Trauer hier. Ich hoffe, der gibt ein bisschen was. Ja, doch. Das ist sicherlich kein Schlauer. nicht sehen ob ich hier sein sollte ob gerade das ist ein schnitzel ist ja alles weg vor drei sekunden vier sekunden was nein bist ich war das war doof ich bin das connect ja geil ich habe ein pink von 5000 ich hatte auch ja ich hatte ja hatte ich auch gerade also ich hatte eine pink von 7000 und bin dann gekickt worden hast du mich gerade gekillt oder bin ich das connect ich habe versucht dich zu killen ich stand auf dir drauf und hab auf quadrat gehämmert aber dann bin ich disconnected worden es kam dann für mich kam die killer animation und dann bin ich raus geflogen sollen wir mal asien ausprobieren ich glaube jetzt bleibt ja ja dann probieren wir mal sehen die anderen beiden server schon probleme zu haben ja auf asien spielt nie jemand also naja wenn alle nur wenn alle drei server probleme haben wird auch irgendjemand auf asien spielen so wie wir jetzt so aber dann lass ich auch noch mal so lange mal laufen das ging ja schnell das hat ja keine nicht lang gedauert und dann kriegt ihr einmal und ich da hilfe jetzt auch mein gott jetzt hätte ich das fast in die teams gruppe gepostet wissen dann zwar die schüler nicht was das soll aber dann muss das nicht unbedingt rein und wir können keine nachrichten schlöschen die wir auf teams schreiben weil die schüler das auch nicht können sollen so aber wir haben jetzt noch keine runde geschafft ohne dass es ein disconnect gab nein kein so optimales zeichen ok oder hier ist hier ist mein ping fast 300 ich habe auch nicht bleibt es alles gut aber ich habe ja ich habe auch in der 70 ja solange der nicht wieder auf 7000 hoch geht naja ja guck mal was passiert so vielleicht werde ich jetzt endlich mal ich war bisher noch gar nicht auch im vorherigen wohnen ich werde das ist so lange xian bis einmal eine runde kommt so viel dazu es ist chef keeley ja das ist eine interessante animation da die musik haben wir weiß cool gemacht ja absolut sie ist da nein oh mein gott äh wo komm ich oh mein gott ja das ist jetzt nicht so geil und da ist der erste draufgegangen die musik haben wir kommen in den chaos modus wir sind noch recht viele das krumme gott sind nur noch zwei jungen jetzt sind wir nicht mehr so viele jahre kann jetzt als geist noch leute leute verfolgen automatisch das ja genau das ist das einzige was jetzt als geist im modus noch machen kannst jetzt das war's ja ich bin dann komm ich bin sehr gut doppel jetzt wir haben eine runde ohne absturz geschafft und sie haben gewonnen ich habe ewig niemanden gesehen und dann irgendwann sehe ich jemanden drei figuren alle wenden von mir weg ja aber man darf auch nur also ist es eingestellt dass man nur einmal wenden kann man kann nicht dauerhaft also den ersten mit meinen event hatte ich gleich beim ersten mal weg wo du mich da erwischt hätte wie oft ich sinnlos wende so direkt weiter und wenn ihr mehr wechseln wollte sagt ihr einfach bescheid ist kann man ja mittendrin jetzt machen und dir das hier auf erste mit fünf leuten ja dann mache ich dann machen wir gleich den den chaos mode bis jetzt wird es interessant ich habe das natürlich auch in der richtung noch nicht gemacht ach man wartet erst mal ich verstehe ja du wirst jetzt zehn sekunden später los gelassen ok ich komme hilfe ich hoffe doch ich hoffe nicht ja du bist du hier schon wieder so laut Hä? Hast du da? Nein, wie kill... Ah, ich muss klicken zum killen. Ach so. Wow. Und die Leertaste ging nicht. Ich hab wieder was hier so. Leertaste ging nicht, okay. Also muss ich die Maus hier drauf lassen. Ach so, aber wenn ich die Maus da drauf lassen, kann ich das Ding nicht schwenken. Ah, ich see. Ah. Nein. So. Als ob die Distanz so groß ist. Also ich war ziemlich nah an dir dran eigentlich sogar. An mir warst du übelst weit weg. Der typische Winter. Ich wusste gerade. Okay, das wird jetzt interessant. Normaler Wecklauf-Fan gegen, äh, gegen normalen Weglauf, äh, gegen normalen Band-Enjoyer. Was macht den Kopf? Oh Gott. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Ah. Ah. Ich bin einfach weggelaufen, ey. Sehr gut. Ja, Conan dachte, du wärst oben lang gelaufen, also in Storage. Achso. Ja. Das war knapp. Müsst ihr auch mit der Maus klicken zum Killen? Äh, ja. Ich muss Quadrat drücken. Okay. Wegen Placey. Ja, sehr nice. Nochmal auf der Map wechseln. Äh... Von mir aus können wir mal Polos machen oder sowas. Ja. Okay. Ich klick einfach mal durch. Das nächste ist ein Mira HQ. Polos stell ich mir grausam vor mit den Türen. Aber... Ja, stimmt. Mach mal Mira, ja. Also auf der Listie kam Mira als nächstes, deswegen hab ich es einfach mal Mira. Und man kann es ja mittlerweile mit einem Server wechseln, deswegen ist das ja ganz nett. Ja, okay. Mira wird aber schlimm. Wer wir sehen, ja. Steig hoch. Steig sie vor. Oh Gott. Ich rumhust. Uh, ich will nie. Oh. Oh, das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Ich weiß jetzt natürlich nicht, aber na, das ist eine schlechte Idee. Even eine Schmuck. Vielen retsenden. Oh Gott! Oh Gott. 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 das war denn hier für durchmarsch der hause trägst glaube ich kann man hier nicht kann man nicht das ist nicht gut ich bin zuerst ins laboratory gegangen das versteckt da kannte bandy leider weil er ja auch den hübi stream guckt ich musste leider direkt am anfang wenden weil ich am anfang noch ein task hatte und er hat zehn minuten gedauert und dann ist er schon reingekommen ins spiel und er muss sich dann schnell weg er ist einfach er ich habe aber auch was in karte geöffnet statt zu ja gut auch gut das am ende lustig aus mit benny und conan ich habe noch gedacht vielleicht komme ich da noch irgendwie rum aber ich habe dich auf der ich habe dich auf der karte gesehen ah ok oh gott aber ja mira ist natürlich nicht sonderlich groß zum verstecken ich glaube für die wenigen müssten wir wirklich die zeit noch ein bisschen runter aber das ist ja alles lernt sache nicht eigentlich was tun oh ja tatsache was ist das denn ach so oh sch so hab mich mal kurz stumm geschaltet in discord dann kann ich ein bisschen quatschen ähm ja das war gerade nicht sonderlich schlau ich verfolge mal ihn hier ein bisschen was kann man nicht jetzt ach so da kann ich jetzt auswählen was andere geister oder was wahrscheinlich ah da kann ich andere geister verfolgen und hier kann ich dann die verfolgen die halt die crewmates sind oh oh er ist aber genau auch jetzt da wo benni ist und gleich kriegt er den ok oh das wird interessant benni lau ok da wäre es jetzt noch über oh ok ich meine er wird jetzt zwar angepingt ok scheiße ich hatte auch die eine taster und ich dachte wie schnell bist du bitte angekommen auf einmal direkt in die arme gelaufen ja ich bin einfach die ganze zeit gerannt ja ich dachte wenn ich wenn ich sehe dass das so langsam hoch geht dann habe ich locker genug um zurück zum wend zu gehen ne man kann die hiding time nur höher stellen aber nicht runter was ist das denn ach so 160 ist das ist minimum ok ich muss schon irgendwie sagen als 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 ähm jäger ist der atmetable echt mächtig also da 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 kannst du ja halt deine opfer richtig hart rauspicken einfach ja du kriegst ja auch irgendwann kriegst du ja auch dieses search ding unten diese fähigkeit ja ich glaube wenn du wenn du noch einer lebt oder so ja glaube ich ja wenn der letzte lebt kriegst du das ja deswegen hatte ich auch im admin table also auf dem admin table gerade gesehen dass ich auch im admin nicht alleine bin dass da noch jemand ist und deswegen bin ich nochmal auf die sohle gegangen und dann stand dahinter ja ja wollen wir nochmal mira oder direkt zu polos das war polos ok ja ja mira ist in jeglicher sicht nicht meine favoriten map richtig ja in dem modus in dem modus hier bringt dann noch nicht mal store lock was das ja langweilig stimmt da kannst du nicht mehr detektiv spielen oi 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 ok also sierra ja aber ich gerade ich habe gar nicht ich glaube ich habe dazu dass sie da bennig gesagt weil es mal als ich bin auch drein trotteln egal das hier konnte interessant werden weil das hier größer ist ja wie aber das ist nicht gut ok habe ich die zeit Oh mein Gott, das war die falsche Richtung. Das war die falsche, das war die falsche Richtung, Conan. Ja, das, äh, ja, bin wieder stumm geschaltet im Discord, das heißt ich kann mit euch quatschen und mich ärgern, dass ich die falsche Richtung gewählt habe, ja das, äh, ja, au, okay, Reggie ist noch übrig und, ne, Benny ist noch übrig und, ach, Xehan ist noch übrig, okay. Und jetzt geht das Chaos los. Aber er steht auf einem Vent, das ist schon mal gut, was heißt, das heißt, der kann direkt wegwenden, wenn der kommt. Und, Benny wurde auch noch nicht erwischt. Okay, es sieht gut aus. Ja, das schafft er nicht. Beide gleichzeitig schafft er nicht mehr. Ja. Ja. Richtig hoch, sehr. Boah! Jees! Boah! Ich hab mich verdrückt, ich hab dann auf, auf, auf Sabotage oder auf die Karte geschaut, statt zu killen. Und dann war er weg, ja. Bei mir war ich schon die ganze Zeit weg, also das wird ein bisschen weg gewesen sein. Ach so, ja. Ja, ich hab dann noch so wegwenden sehen und da hast du gedacht, fuck. Ja, aber mir hat ja eh noch einer dann gefehlt, selbst wenn ich gekillt hätte, also. Verstirbt, ja. Du hast eh an die Runde, ja. Zwei übrig. Ey, weil die letzte Runde bei den, äh, Dings, Deacon. Deacon im Kill fand ich schön, das war. Ja. Ist aber auch ne große Runde, ich mach mal die Zeit noch. Conan und ich waren zusammen in dieser Kontaminationsanlage und Conan läuft nach rechts weg und ich lauf nach oben weg, ja. Der Imposter war offensichtlich rechts. Ja, korrekt, er kam von rechts und ich war mir nicht sicher. Sondern, ja. Ja, ich wusste halt, dass er oben nicht sein kann, weil ich von da, da von jedem reinkam. Ah, okay, ja, gut. Also ich dachte mir zumindest, das ist relativ hoch, wahrscheinlich jetzt sagen wir es mal so. Gut, schauen wir mal, ich hab mal 20 Sekunden mehr der Zeit noch eingebaut. Weil es doch ne große Map ist, hat man ein bisschen mehr Zeit zum Suchen. Mhm. Ui. Und das darf in dem Fall Benni machen. Ach, Mist, da sind gar keine Tasks, wo ich hinlaufe. Äh. Oh, was hab ich jetzt gedrückt? Ne, passt schon. Wir versuchen, da hinzugehen. Komm. Geht ja schnell. Ich wollte gerade sagen, noch kein einziger Wisch. Ist krass. Aber jetzt geht's los. Scheiße. Hehehe, ich komme. So, Benni. Alter. 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 Du, Conan. Oh. Ich weiß, wo du bist. Oh, 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 oh. Oh, oh. Ja, Mist, die Scheiß-Tür geht nicht zu. Hilfe. Okay. Okay, was? Okay, was? Was? Warte, renn! Ren! Ich renne. Ja. das zweite mal jetzt oder ich hab dich vorhin auch im ding eingesperrt und konntest du mich nicht killen was war das denn sehr gut ich hab durchgehend auf killen gespammt aber das war entweder absoluter profi play von konnen ja großartig ich hab mir gedacht es war blöd weil die tür jetzt nicht schnell genug zugeht aber dann ist andersrum zu durchgehend sehr killen gespammt aber es hat nicht funktioniert aber so things time gibt es ja hier nicht also dass das irgendwie dass man irgendwie warten muss wenn man niemand aber du hast ja auch es hat lange gedauert bis jemand gekillt hast na ja ja und ping intervall ist auch was anderes das ist wann die die wie auf dieser ping kommt hat man auf fünf sekunden setzen pings ein bisschen öfter nö ansonsten flashlight size no names flashlight mode da kann ich nichts einstellen okay aber sind wir jetzt moment sind wir als crewmate jetzt komplett immer schneller als der mit dem 1,25 eigentlich ich glaube spielertempo ist macht alle schneller nicht nur die imposter nicht nur die spieler nicht nur du weißt was ich meine ach so okay 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 i see i see i see i see good ja dann direkt in die nächste runde okay ach so scheiße ich komme das wird lustig auf die eine oder andere art okay mhm easy Nein, da ist das Ding! Okay. Was ist gut? Die Tür wollte nicht aufgehen. Das ist so geil. Nice. Die Tür wollte einfach nicht aufgehen, ich weiß nicht warum. Alleine Stunde, nein, der ist drin. Um ein 3-Kid. Oh wow. Ey, die war doch doppelt so lange zu, wie sie eigentlich wäre, oder nicht? Gefühlt, gefühlt ja. Aber umso weniger verstehe ich jetzt, dass Benni mich nicht killen konnte vorhin, weil das war eigentlich fast die gleiche Situation. Aber gut. Vielleicht irgendwie missklickt, man weiß es nicht. Okay, ich weiß jetzt schon, was der Folgentitel ist. Das ist das Wissen. Trouble Fiat. Die Kurs. Dank Pro Player. Oh Gott, er ist drin. So macht man es den Suchern natürlich leicht aufgerufen. Okay. okay so wie schon wieder ist jetzt das dritte mal oder so insgesamt doch ja kann sein da aber die eine runde ist ja unterbrochen worden das stimmt Ah! Miest. Okay. Äh, wir verfolgen mal Benni. Weiß ich mal nicht, ob es riskant ist. Es ist eigentlich schon echt riskant, diese Tasks zu machen, ne? Das erste Mal hatte ich noch Glück mit der Musik. Da ist er scheinbar obendran vorbeigelaufen. Aber man kann halt auch nicht, also wenn in so einer Situation die Musik näher kommt, man kann halt auch nicht rauslaufen, weil du hast ja nur diesen Ausweg. Es ist eigentlich blöd, da drin Tasks zu machen. Ich glaube, das sind wirklich Tasks, die man sich... Oha. Jetzt ist nur noch Benni übrig und wir haben über eine Minute noch. Ja, das wird nix. Ja. Ja. Oha. Oha. Guter Move. Guter Move. Lel. Was machen die anderen Geister eigentlich gerade? Wollen die nicht Benni auch verfolgen? Segeln die... Ach, die verfolgen ihn. Ah, okay. Oh, das könnte jetzt... Stimmt, man kann ja hin und her wechseln. Oh nein, er ist drüben hochgelaufen, wenn er jetzt... Okay, er geht nicht mehr. Er hat den linken Hochweg gewählt, aber nicht den rechten. Oh mein Gott, was hat Benni für ein Glück. Aber jetzt wird er gepinkt. Wo ist er denn? Ja, jetzt kommen die Pinks. Ja. Aber wenn du da oben gepinkt wirst, du kommst dann nicht mehr raus. Oh mein Gott, okay. Ah, schade. Er hat mich durchgehend dort oben bei der Sabotage versteckt. Ja, du standest aber so, also so, dass du auf der Karte nicht aufgetaucht bist. Also das war noch im Flur quasi. Ja. Das Lustige ist, du bist links hoch bei den Sabotage-Dingern, aber nicht rechts. Ah, okay. Na, hast du, hat Benni Glück gehabt. Ja, okay, shit happens. Gut. Ich würde sagen, eine Runde hier noch, dann könnte man den Part erst mal beenden. Müssen wir jetzt ja nicht so einen übelst langen Part machen. Wir sind bei 36 Minuten. Ja. Und dann können wir im nächsten Part auch noch ein bisschen Airship machen, was dann glaube ich ein bisschen noch noch ein bisschen interessanter wird wegen dem Verstecken vor allem. Ja, weil die Map fucking groß ist. Ja, Größe der Map, genau. Okay. Jetzt ist Jeff Kady wieder. Teil. Ah, Conno ist bei Motu. Ich merke es. What? Fisch. Fisch. Hä? Ja, geht doch. Oh je. Der hat mich denn gefunden. Das wird was. Ich dachte, er läuft dick einmal vorbei, aber nee, irgendwie nicht. Herrlich kommen. Herrlich kommen. Ah, schade. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das war krass, das war echt krass, das hat beim Zuschauen schon ein Herz drauf und weil man hat ihn ja als Geist konnte man ihn ja ankommen sehen und du standest im Dekon ja ja nice okay dann würde ich sagen schließen wir mit der folge erstmal diesen part hier ab und machen dann im nächsten part weiter ich sage danke fürs zuschauen hoffe man hat alles soweit gut verstanden und ja tschüss 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 tschüss